Herzlich Willkommen und da sind wir wieder zurück bei Rage 2. Ich bin in die Stadt geflogen und habe gerade bei dem Händler mal was nachgeschaut. Ja, ich weiß gar nicht wo das jetzt ist, aber der hatte Baupläne, womit man Sachen basteln könnte. Oh, hier. Damit kann man nämlich Sachen bauen. Kann man sogar noch verbessern. Interessant. Aber hier, da haben wir es zum Beispiel. Gesundheitsinfusion. Kann man hier unten auch Stuff herstellen. Hier, Overdrive-Fusion. Herstellen. Fähigkeitsfusion. Kann man auch herstellen. Geschützdrohne. Da weiß ich noch gar nicht wie man die ruft. Ranger befinden sich häufig alleine. Ja, ja. Inventar voll. Weiß ich gar nicht wie man die ruft. Die Dinger. Weil wir haben die ja. Mal kurz hier ein bisschen weggehen. Wahrscheinlich muss ich meine Waffe ziehen können. Achso. Ja, wir haben ja viele Stücken. Aber wie nimmt man die denn? Achso, Geschützdrohnen-Drohne und den Aufgeber hat Sache. Nein. Meine Geschützdrohne. Die fährt weg. Verdammt. Dann kann man nämlich mal gucken, wie man die so machen kann. Ohne 50% mehr Schaden aus. Wie kann man die denn aufrüsten? Indem man die benutzt? Oder? Wir schützen uns mal schnell. Explodiert sie mit einem glühend heißen Feuerball. Äh, hä. Äh, hä, 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 hä. Oder liegt das an diesem, diesem Bauplan? I don't know. Wir werden es schon nachher herausfinden. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Wir können die beiden Sachen ja machen. Wobei ich nicht genau weiß, ob wir das schaffen. Ich meine, hier Oberkommando. Hier ist ein Konvoi. Aber wir haben, glaube ich, gerade keine... Haben wir gerade Munition im Auto? Ich glaube nicht. Aktiviere Systeme. Keine Munition im Auto. Leite Standby-Modus ein. Nüscht haben wir gerade. War auch nicht so schlimm. Ähm. Na komm, wir versuchen mal das Oberkommando, ne? Mehr als sterben und links können wir ja nicht. Äh, ist ja relativ egal. Haben wir denn hier? Hier ist wieder so ein Banditenunterschloss. Noch einer. Trout-Werkstatt. Können wir eigentlich mal machen, ne? Machen wir einfach mal. Was ist das sein? Häng, weg immer. Können wir mal kurz, ähm... Drohnen ausprobieren. Machen wir mal die vier Drohnen aus. Folgen die mir? Die folgen mir gar nicht, wa? Leute, die Drohnen sind tot. Richtig schlechte Drohnen. Richtig schlechte Drohnen. Ich dachte, die fliegen hier rum und gucken hier rum und machen und tun. Aber nö. Macht einfach nischt. Ich bin nämlich ehrlich, ich habe relativ Bock. Was ist denn das hier für ein Auto? Wann hat was? Ja, das ist dieses Ding. Hat einfach unendlich Schuss und so. Ich hab nämlich Bock, mir so ein Auto mal hier zu holen. Das hat halt unendlich Schuss. Wenn du mal ein bisschen Feuerkraft brauchst oder so, könnte das ganz gut sein. Außerdem hat das Ding ein Schild. Also warum nicht benutzen? Vielleicht kann es nicht sein, ne? Er hätte mir diesen dicken Panzer holen sollen. Den Panzer hätte ich mir echt snacken sollen. Den hätte ich mir echt mitnehmen sollen. Wenn wir den Panzer noch mal sehen, müssen wir den echt mitnehmen. Ja, so ein Ding nehme ich natürlich auch gerne mit. Aber ich glaube nicht, das wäre gut, dass wir den fahren können. Das wäre obergall, wenn wir den fahren könnten. Das wäre super nice. Das wäre mal super nice. Herzig. Boah, das muss ich gleich ausprobieren, ob wir das Ding fahren können. Ey. Voll das. Was soll denn das? Oh, peng, peng. Nachdem, wo seid ihr alle, hä? Wo ist denn der letzte gerade gestorben? Ist der einfach so gestorben? Was ne Pfeife. Was ne Pfeife. Cool wäre das, wenn man den fahren könnte. Aber nicht da. Aber gut, ne andere Sache. Und zwar, wir haben hier noch irgendwie ne Archen-Truhe drin. Erstmal haben wir hier noch so'n Ding. Eine so'ne normale Kiste haben wir noch. Hier ist die Archen-Kiste. Können wir mitnehmen. Normale Kiste hätte ich aber auch noch gerne. Da ist wieder nur die Frage, wo ist die? Ich glaube wirklich, ich verbringe mehr Zeit im Spiel mit Kisten suchen als alles andere. Glaube ich echt voll langsam. Die ist doch bestimmt hier unten. Jawoll, da ist sie. Sehr gut. Dann haben wir das. Jo. Jetzt probieren wir mal. Alter, man kann hier echt einsteigen. Zu mich fahren. Alter. Ist das euer Ernst? Kann hier echt einsteigen? Ist ja Wahnsinn. Hehehe. Ja, easy, ne? Können wir den Vernichter speichern? Bringen wir mal kurz zurück. Hehehe. Den Vernichter schon gern behalten. Ach Gott, das Ding fährt sich wie ein Backstein. Das Ding ist wie ein Stein. Mit Nitro gut, ne? Aber das mal anfahren ist ja Katastrophe. Ah, nicht, dass ich den Nitro speichern? Wäre voll geil. Das wäre voll geil. Glaube ich aber nicht. Nein, komm, kann ich den? Kann ich den? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erstmal, wir können mal hier... So, die hätten wir gar nicht gebraucht. Aber wir können hier mal alles kaufen. So, dass unser Auto mal wieder voll Munition hat. Die Frage ist halt wirklich... Aber hier ist der halt auch nicht drinnen, ne? Ne, hier ist der halt nicht drinnen. Ah, was ich schade finde. Den hätte ich halt gerne. Der ist cool. Dieser Panzer ist super. Schade eigentlich, dass man das Ding nicht speichern kann. Nein, das Ding ist doch ein Traum von einem Auto. Da kann ich nicht hoch. Ach so, weil ich hier wieder scheiß Gebiet bin und hier den Double-Jumpen kann. Ich hab mich festgefahren. Ach, nein. Ich will mich nicht festfahren. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt Gas geben. Komm schon. Nein, ich hab mich festgefahren. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich? Komm hier raus. Oder? Na gut. Wir haben uns professionell festgefahren. Haben wir sehr gut gemacht. So, Waffen haben wir wieder. Passt. Habe ich dich gerade über den Haufen gefahren? Dinger. Das ist aber schade. Ich habe mich auch über den Haufen gefahren. Ich auch. So. Warte, hat irgendeine Motto? Ich hab mir das vor meinem Monitor rumgespürt. Nicht so cool. Ah, da hinten ist ja so ein Ballon. Ich kann mir das auch noch mal. Uhhh. Aussteigen. Aussteigen. Waffe zicken. Abschießen. Einsteigen. Gas geben. Uh. Komm nicht so weit weg. So, Frage ist, hier ist ein Convoy. Direkt hinter mir ist ein Convoy. Aktiviere Systeme. Wo kommt denn der lang? Aber wo fährt denn der lang? Der ist nur so vor mir. Der ist genau hier irgendwie neben mir. Was ist denn der? Wo fahren wir doch gerade? Ach, das Ding steht jetzt wieder hier drin. Convoy können wir zerstören? Was soll das für einen Sinn machen? Beide Standby-Modus ein. Ich meine, das ist ein Vernichter, okay. Aber was soll das für einen Sinn machen, wenn ich den hier jetzt kaputt mache? By the way, das bringt gar nichts. Geil. Die können wir eigentlich mal mitnehmen, ne? Haben wir immer was zum Schiefen. Auch wenn, naja... Waffen nicht sonderlich hoops sind von diesem Auto. Halt wirklich nicht. Die Waffen sind absolut die Grütze von dem Auto. Aber wir können ja mal gucken, wie wir die Speicherflüge sind. Das ist richtig, wie wir die Speicherflüge sind. Da ist ein Fahrzeug in der Nähe. Das ist ein Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug. Gut. Gut. Oh, das bringt sogar Autoteile. Cool. Ich soll einfach häufiger einlagern die Autos. Wenn wir hier schon sind, nehmen wir doch ein Torrad-Auto. Das ist aber schnell. Das ist richtig schnell, so ein Torrad. Hier ist schön schnell. Eingelagert. Ja, Autoteile. Gut, gut. So. Bei den können wir die nämlich hier theoretisch auch drinnen rufen. Deswegen, warum nicht? Aktiviere Systeme! Ja, hier nicht. Der Icarus hier nicht rufen. Der müsste eigentlich da hinten rufen. Deswegen wundert es mich, warum ich den gerade nicht rufen konnte. Weil wir können doch mal nach hinten fahren, wo wir auch noch die anderen Autos rufen. Juhu! Ja, sicher! Was bist du denn? Was bist du denn? Bruder, muss los! Bruder, ich muss mal los, ne? Die haben die Jetpacks und Panzer und was so Teufel. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Uh, da haben wir geschehen Tiefen. Alter, kam da einfach ein Panzer, Alter. Und ob's hackt? Ah, Platz da. Ich will gerade mal wissen, ob wir dieses Auto, die wir schon haben, sieht wie ein Vernichter aus, ist aber was anderes. Ah, das Ding kann sowas machen. Auch nicht schlecht. Das sah auch gut aus. Oh shit, so weit! Ja, 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 ja. Ah, das Ding driftet ganz gut. So, du wirst gerade weiter hoch, Alter. Der ist nicht mal kaputt, Alter. Cool. Aktivieren Systeme. Wir gucken mal nach oben, ob wir da noch was haben, was wir noch einladern können. Aber nehmen natürlich auch erstmal die Typen mit. Je mehr Leute wir umklatschen, desto besser. Da ist diese Motto. Moment. Ich muss ein... Umreden. Okay. Habe eine Motto umgebracht. Habe eine Motto umgebracht. Habe eine Motto getötet. Ich nähe dich. Ich dich auch. So. Ui. Oh, zu weit gesprungen. Gucken wir nochmal hier hoch. Ich finde es echt schade, dass man den großen Vernichter nicht einlagern kann. Das wäre cool. Die haben wir, den haben wir. Ich glaube wir haben hier alle. Ich glaube hier haben wir jetzt alle. Kann man das eigentlich irgendwo selber, wenn die schon erlagert hat? Irgendwie nicht. Aber den haben wir doch schon. Also man kann die natürlich sich angucken. Hier. Pulverisierer haben wir. Verwüster haben wir. Und Wind Schnitter. Monster Truck. Den können wir eigentlich auch. Was können wir denn hier? Skin wechseln. Cool. Und? Teil des Vorbesteller Packs. Natürlich nehmen wir den Vorbesteller Pack. Boah. Ruf mal. Jawoll. Was ein Monster. Alter. Rage. Wo muss das? Schade, dass man den nicht einlagern kann. Wirklich schade. Gute. Gute Dingern auch geschützt. Ja voll. Monster Truck. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da fahren wir ein bisschen mit dem Monster Truck rum. Also. Bis zur nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.